ja und hallo hier meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Part zu Let's Play Donkey Kong Country auf dem Stand mit eurem lieben Holy So, wir starten und gleich mal weiter, wir waren vorher bei Candy, heißt sie Candy? Genau, Candy Speicher und vorher auch noch bei Funky, bei den yeah, bei den coolen Funky Funky yeah! Und jetzt geht es weiter in der nächsten Welt, bei Very Gnaughty Skrotten, Very Gnaughty? Very Gnaughty, na egal, ich muss das später übersetzen lassen Oh, das ist ein Gegner, ein Boss, oh Gott, das ist der Boss, das ist der Boss Okay, das ist aber nicht sch- nicht sch- das ist ja voll leicht Fuck, er ist so leicht, dass ich, ja, das ist gleich in den Seiten, komm her, komm her Komm her, komm her, komm her Boopst, den, 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 irgendwie haben wir ihn Was? Das war ja ein Boss? Das sind, ich hab ihn im vorigen Part auch noch bringen können Ich wusste nicht mal, dass das der Boss war Das war der Boss? Okay Alles klar, das war der Boss, Very Gnaughty, irgendwas, okay, das war der Boss Aber ich hab's nicht gewusst, ich dachte, das wird irgendwie gegenseit sein, wenn das ein Boss ist Okay, dafür erster Part gleich Action reichen mit deinem Boss Affenminen, auf geht's ins nächste Level Affenminen, oh Gott, haben wir jetzt Affen hier ausgehen, oder wie? Winkies Trampelpfad Winkie, den, Winkie, Teletubbie Level, oder was? Wuh, die Musik, wir sind hier in den Minen drin Wir sind die Minen von Moria, hör, Herr der Ringe Herr der Ringe, Herr der Ringe ist der Egg Bam Okay, die Geier Ein Frosch, ein Frosch, wir kommen wieder nach oben, wir kommen wieder nach oben, jetzt Ja Quaxi, Quaxi Pokémon Wir haben ein Quaxi Kann ich irgendwie höher springen? Achso, so steig ich ab, okay Springen, nein, was ist, dieser, dieses hast du bringt auch nichts Okay, also von den Fähigkeiten her hat er keiner, der kann halt nur höher springen Sonst nix Sonst ist er ganz gleich wie die ganzen, du mein Affen Ein toten Kopf, was Oh, oh mein Gott Okay, auf geht's Boah, Full Speed Ja, also bis der ganze Tag oben springen kann, ist nicht schlecht Oh, alles voller Bananen, Bananen Wir gehen das Tor immer weiter nach Denn wir sammeln immerhin immer mehr Bananen Die wir Bananen sammeln So, Geier, rauf auf seinen Kopf Wow, das hole ich mir Oh, und wie ich mir das hole Toll Okay, was passiert jetzt? Wir haben drei Streuze und was ist hier? Oh mein Gott, was? What the fuck? Oh mein Gott, was muss ich hier machen? Einfach gar sammeln Äh, okay Einfach sammeln, alles klar, einfach sammeln Ja, aber was bringt mir das? Und wie viel muss ich denn sammeln? Wie geil! Muss ich alles einsammeln, oder was? Das geht ja noch niemals in dieser Zeit aus, dass ich alles einsammeln kann Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gibt's hier ein Ziel? Nee, oder? Ach komm schon! Ah, nee, gibt's eh nicht. Okay, die Zeit kann nicht ablaufen. Okay. Zwei, okay, wegen einem! Moment, hundert. Okay, versteh. Also jeweils hundert ist ein Leben. Okay, okay, so wichtig ist das nun auch wieder nix. Es geht hier nur ums Leben. Es geht hier, also jedes Spiel geht's nur ums Leben und um Bananen. Fuck. Wieso spiel ich rein? Das ist richtig nubig von mir. Wo ist mein Froschi? Wo ist mein Quacksi? Ich will mein Quacksi zurückhaben. Nächstes Mal kommt er zurück in den Pokéball. Du 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 du. Ah, ich glaub hier war... Hier waren wir doch vorher schon. Ja, wir haben Kongo und wir kriegen noch ein Leben. Wir haben jetzt insgesamt... 16 Leben! Fuck yeah! Wow! Du 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 du. Exit. Okay, wir haben das Leben verändert. Oh, sehr nice. Ich hab ja schon irgendwie Angst, dass wir das Leben nicht packen werden. Aber es geht ja alles schon geschweinig. Lore and Crash. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich denk, oder? Ich fahr jetzt nicht mit der Lore, oder? Oder fahr ich jetzt wirklich mit der Lore? Ich switch zu Donkey Kong, weil wenn ich mit Donkey Kong spiele, dann fährt die Lore schneller, weil er fett ist. Also das ist schon irgendwie so. Oh, wie geil! Achterbahn! Die Musik. Der hat mit Donkey Kong geschaut! Der hat richtig Angst da drin. Vor einer Konzentration hier. jetzt nicht dass wir irgendwie runterfallen. Oh, macht das Spaß. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Barada! Eingesammelt! Oh, das war nicht knapp. Ich hab's! Checkpoint! Äh, Tongegown! Spruck! Kaputte Lorn hier im Schwert! Oh Gott, ich dachte, ich flieg runter. Beschleunigen kann man übrigens hier nicht bremsen! Auch nicht! Verdammt! Woah, schönbrach Banan-Einsacken! Oh Gott, ich hab das Leben! Nein! Das, das ging jetzt zu schnell. Das ging jetzt viel zu schnell, Leute! Wo ist, wo ist Donkey? Wo ist Donkey? Woah, oh mein Gott! Oh mein Gott! Die kommen viel zu schnell! Der kann nicht mal irgendwie gescheit reagieren drauf! Also nicht so schnell! Fuck! Geh! Nein! Fuck! Nein! Nein! Wir sind einmal gestorben! Wir sind zum ersten Mal gestorben! Verdammt! Verdammt, verdammt! dass wir ab und das glaube ich und da kommt auch ein donky-fass als da als da kommt kommt mit der zack kann ich nicht nur als wünschen da geht nicht aber diesmal schafft es und diesmal schafft es eben diesmal schafft es nachvolle konzentration hier jetzt was ist das überhaupt das was so ein auto fahren wir überhaupt mit dem opel oder was dr und ich vergesse und schon wieder die gleiche attacke also schon wieder der gleiche typ bin ich auch vorher eingefahren weil ich mich irgendwie nicht schon konzentriert jetzt diesmal schafft es diesmal holen wir auch das g also das geht doch viel zu schnell alles wie soll man darauf reagieren was soll das jetzt ok dafür holen wir uns jetzt das jetzt verstehe ich weil wir so viel leben kriegen weil wir es definitiv brauchen wir haben aber diesmal konzentriert mich fuck und jetzt geschafft wir brauchen in diesem level ganz schön viel zeit wurde jetzt der sprung ist doch richtig kacke aber ja ich schaff es jetzt ich ich muss es nicht schaffen wann wird das level nicht ein ende? das level müsste schon längst aus sein, das geht auch schon wo ist das jetzt? wo ist das jetzt? fuck, wann ist das level nicht aus? scheiße das geht doch nicht euer ernst in dem beträgst du jetzt nicht so viel leben ok klappe die dritte oder die vierte weiß ich nicht mehr egal, konzentration ach ach wie schlecht ich spiele hier und wir haben wieder das end nicht aufgehoben weil wir einfach zu blöd dafür sind jetzt hol ich mir das leben scheiße, jedes mal, jedes verdammte mal ich hab sie schon vergessen ich kann mich gleich töten lassen weil es hat irgendwie jetzt eh kein sie mehr es hat kein sie mehr, ich muss sterben ja uga sprung banalas, sprung zack so, aber dieser probier ich rüber zu springen dieser probier ich rüber zu springen wo nein ok 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 wenn der pfeil kommt wird es brutal wenn der pfeil kommt wird es brutal beziehungsweise, jetzt schon so brutal wut jetzt, 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 sprung jetzt sprung ja, exit, ja, 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 haha, wahnsinnig nice oh, gott, das level hat es mir richtig angetaunt Nächstes Level. Goldiger Buckel. Goldiger Buckel. Wow, mysteriös hier drin. So mysteriös töten wir die Biene. Da ist ein Kremli. Der macht uns aber nichts aus. Einfach auf den Kopf springen und hier auch einfach auf den Kopf springen und sagen wir nehmen wir das K1. Und springen wir nehmen beide Biene rein und lassen uns sterben. Oh Gott. Also man merkt schon, das erste Level war Peanuts. Die erste Welt war Peanuts. Und hier, man merkt schon richtig die Schwierigkeitssteigerung. Das ist ein Wahnsinn. Oh, mit der Reifen nehmen wir mit. Vielleicht brauchen wir es für unseren Opel. Ne, nehm ich nicht mit. Kein Bock drauf. Was? Ich bin doch in die... Ich bin in den reingerollt. Was für eine Framed Scheiße. Ich bin in den doch reingerollt, verdammt. Oh mein Gott. Wird das auch wieder so ein Rage-Game? Ist Donkey Kong Country... Also... Frage an euch. Eine Community. Ist Donkey Kong Country auch so ein Rage-Game? Der erste Teil. Kann es sein, dass es ein Rage-Game ist auch? Ein bisschen halt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, oder Leute? Schreibt mir ruhig in die Kommentare. Würde mich richtig interessieren, ob das auch ein Rage-Game ist. Was? Es ist ein Rage-Game. Ihr braucht es mir nicht mehr zu schreiben. Es ist ein Rage-Game, ja. Es ist ein Rage-Game, definitiv. Und wieso kriege ich hier keinen Diddy Kong, ey? Und wo ist dieser doofe kleine Affe, wenn ich ihn brauche? Und dann nehmen wir den Reifen wieder mit. Darüber ihm rein. Und da springen wir in die verdammten Idioten rein! Oh Gott, ey! Das gibt's doch nicht. So. Diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's. Diesmal kann ich's. Diesmal schaffe ich's. So. Auf ihn rauspringen. Zack. Wir haben uns das K. So. Zack. Roll in den Typen rein. Zack. So. Diesmal springen wir in die Richtung und ich bin nicht lebensbüde. Und jetzt auf Reifen und rüber. Zack. Und jetzt müsst ihr doch bald... Ja, ich rüber hin. Diddy Kong! Yay! Jetzt geht's weiter mit mehr Leben. Und hier springen wir rüber. Besser. Dass wir uns ein Tuch gehen. So. Hier paar Bananen einsammeln. Den Kremlin töten. Boah, ich muss mich jetzt konsentrieren! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hasen! Wow, wow, wow. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war wieder fast die gleiche... Was tut, war das jetzt? Ich war doch schon genug weg von dem. Wo ist dein Checkpoint? Wo ist das? Checkpoint! Ja! Checkpoint! Oh Gott, ja. Und ich hör Donkey Kong. Ich hör Donkey Kong. Äh, woher muss ich jetzt? Was war? Was war da drauf? Wo geht's hier? Rechts weiter. Ah, ich bin durch die Wand geglitscht. Okay, aber wir sind durch. Oh Gott, oh Gott. Wie hat er krabbelt? Wie geil! So. Da ist Donkey! Oh Gott. Wäre das jetzt der Tod gewesen, wenn ich hier runtersprungen wäre, dann wäre ich echt geraged. Woah. Woah. Secret. Okay, wir haben jetzt ein Secret. Mal schauen, was es hier schönes gibt. Wir brauchen eh Leben. Froxie! Froxie! Wir haben Froxie! Wo ist mein Meisterball? Muss hineinfangen! Äh. Oh! Oh! Froxie! Ach, scheiße. Froxie. Ist doch voll egal. Hat keinen Sinn mit... Woah. Hat keinen Sinn mit... Hat keinen Sinn mit... Woah. Mit Froxie. Oh, die werden auch richtig, richtig lang. Immer länger. Jetzt. Jetzt. Woah. Woah. Okay. Was? 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 Was soll das denn gehen? Oh mein Gott. Okay. Woah. Woah. Woah, fetter Donkey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will nicht sterben! Und ich spring einfach raus, ohne irgendwie zu schauen, was da irgendwie passiert. Nein, die springen einfach weiter. Das ist Holy. Verkehr, Leben. Gib mir Leben, gib mir Leben. Ich habe so wenig. Ja, ja. Leben, 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 Leben. Komm mit Reifen, dich brauche ich wahrscheinlich. Ja. Ja, wegen dem Secret. Geil, 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 geil. Oh mein Gott. Jetzt. Woah, 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 woah. Am besten alle Bananen einsammeln. Wenn es geht. Ja, alle Bananas. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja. Ja. Exit. Oh Gott, ja. Fuck yeah. Woah, die haben sich schon schießt, das ist das Level. Oh mein Gott, meine Stimme. Ich stelle mal einen Schluck trinken, meine lieben Freunde. Und dann gehen wir das nächste Level schon an. Ah. So, das stimmt jetzt wieder da. Und ab geht's in Ruckzuck Station. Ruckzuck Station. Ruckzuck Station. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh. Oh. Wow. Blitzeffekte. Und keine Musik. Die Musik ist ausgeglitscht. Wir hören und lauschen den schönen Sound von diesem... Oh mein Gott, was ist das für ein Anabolika-Gremlin. Ach du meine Fresse. Oh, wie geil. Oh Gott, sind die gruselig. Fuck, sind die gruselig. Oh mein Gott, die machen mir richtig Angst, Leute. Anabolika-Gremlin. Aber schau doch, oh mein Gott, die fette Masse, die müsst ihr ihn doch leicht packen. So, jetzt. Kann ich nicht rauspringen? Nein, ich kann nix dagegen machen. Fuck, fuck. Stopp. Ja, stopp, schon, wir haben stoppen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die macht mir richtig Angst. Stopp. Ich glaube, wenn ich auf den auf den Kopf springen, ich glaube, das bringt auch nix. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das bringt auch nix bei denen. Stopp. Die, 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 die. Fuck, renn, 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 stopp. Ja. Speedrun. Speedrun, Speedrun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Riderspeedrun, das ist ein Riderspeedrun Level oder einfach nur durchraschen. Oh fuck, oh. Wir sind tot. Alles klar. Äh, ja, das war, das war, ja. Das war gut. Das war's kill. Das war der Speedrun. Aber ich find's geil, dass wenn wir mit beiden runterfallen, dass nun keiner stirbt. Dass dann beide noch leben von den Affen. Das ist cool. So, weiter geht's, zack. Sprung. Bo, 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 bo. Stopp. Hehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist so viel Stress hier in diesem Level. Ich muss mich ja richtig konzentrieren. Das ist wie Super Mario 24 Speedrun, nur halt in Donkey Kong Style, in 2D. Zack. Nein, springe, komm schon weiter, warte, die Zeit läuft, die Zeit läuft, ich noch weiter, du scheiß Affe. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Ja, Checkpoint. Also die paar Meter hätte ich noch schaffen können. Da, Kiste. Da, ich hab doch nicht. Ja genau, wenn die Kiste aus dem Bildschirm verwitscht wird, dann glitscht sie einfach weg. Alles klar, verstehe. Gut zu wissen. Ja. Schönes Spiel, gutes Spiel. Da ist die Engine ein bisschen noch verkackt. Ja, sie war auf Go und der ist stehen blieben. Alles klar. Nein, 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 nein. Äffchen, komm mit. Ja, wieder zwei. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm. Fuck, fuck, die schickt gleich auf. Weil ich glaub, wenn sie zittern, oder zittern sie immer. Weil ich glaub, wenn sie zittern, dann sind sie kurz vorm Aufstehen. Kann das sein? Ne, die zittern immer. Okay, okay, die zittern immer. Fuck. Jetzt. Wow. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, scheiße, spring! Oh Gott, ich hab so Schiss. Nein, nein, weg, weg. Spring! Ja. Renn, 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 renn. Geh. Oh Gott, war das Stress. Oh Gott, Speicherpunkt, ja, Speicherpunkt ist wichtig. Speicherpunkt ist wichtig, Speicherpunkt ist wichtig. Keine Speicher. Und ab geht zum Speichern. Hallihallo Jungs, habt ihr was zu speichern? Jösgekan ñ ah- muaaaaaa!!! Ah- muaa-mja... waaa-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mja11 PO vào PunktENDEN PirouPodcast. Auf года z1 o muaa-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mja-mj conceal, Prozent von 8 Prozent vom vorigen Part auf 14 Prozent in diesem Part. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Steigerung, muss man sagen. Okay, meine liebe Freunde, das ist noch in diesem Part. Let's Play Donkey and Country mit eurem lieben Holy. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Let's Play. Ich hab, okay, Leute, ich muss nur sagen, ich hab richtig Spaß bei dem Spiel. Richtig cool, macht mir richtig Spaß. Alles klar, meine liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer lieber Holy, over and out und ciao!